Grüßt euch Freunde! Wie einige von euch da draußen vielleicht schon mitbekommen haben, ist eine neue Karte für den Landwirtschaftssimulator 19 rausgekommen und zwar die Mappa Italia in der Light-Version von Edomod. Was die Karte kann, warum sie eine Light-Version ist und ob die Entwicklung daran jetzt schon abgeschlossen ist oder noch weitergeht, das wollen wir uns heute gemeinsam mal miteinander anschauen, denn ich habe noch nicht reingeguckt. Die kam jetzt im vergangenen Wochenende zum Zeitpunkt der Aufnahmen hier raus und das möchte ich heute auf jeden Fall mal nachholen, möchte mir das angucken. Sie verspricht mit eigenen Environments, mit eigenen Sounds, mit einem nie dagewesenen Detailgrad, eine der detailreichsten Karten zu sein, zumindest wenn man dem ein oder anderen Titel da draußen Gehör verschafft. Ich bin sehr gespannt, ich habe mit Spannung diese Karte erwartet und ich bin gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Bevor wir in das Spiel reingehen, schauen wir aber nochmal auf die Website. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich an dieser Stelle noch nie so eine Website gesehen habe, schweige denn so eine Website vielleicht für eine Map. Das hat schon so sein eigenes Feeling und verspricht schon mal einen ganz anderen Grad einer Karte. Ich will jetzt keine Karte damit irgendwie diskreditieren oder diese hier besonders hervorheben, aber mir gefällt auf jeden Fall, dass es zu der Karte hier schon mal eine eigene Website gibt beziehungsweise so ein Web-Auftreten gibt, denn das ist sehr, sehr nice. Es wird auch immer wieder von der Italia Pro-Version gesprochen. Es gibt definitiv Fix-Versionen, Beliest 28. Ein Dritter, das heißt auch dort ist man sehr, sehr schnell am Start. Man kann sich hier den aktuellen Entwicklungsgrad anschauen, auch von der Pro-Version, was noch gemacht werden muss und vor allem viel interessanter an dieser Stelle ist natürlich auch hier unten dann später der Unterschied zwischen der Lite-Version, einer Demo-Version für PC und Konsole, logischerweise dann im Mod-Hab und der Pro-Version, die dann nochmal mit 4K-Texturen kommt, äh, Vineyards, äh, Wein, Weinyards? Ich weiß es gar nicht. Ähm, mh, mh, mal gucken, mal gucken. Ähm, mit mehr Feldern, mit größerem, mit größerer Fläche generell. Ähm, man hat hier eine Karte mit dabei. Also hier, hier ist schon ein guter Aufwand reingegangen. Es ist ein, äh, es gibt auch Mod-Empfehlungen. Finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, denn so kann man sich mal, das typisch Italienische vielleicht hier mitnehmen. Kennt man auch von den Videos von Killer Croc gerade so, was Drescher angeht und diese Schneidwerke, das wird auch sehr gern verwendet oder eben Transportgeschichten. Das ist so typisch italienische Sachen, die, ja, vielleicht dort im italienischen Gebiet auftauchen. Man hat dann hier noch ein paar Map-Highlights zum Reinschauen und kann sich die Karte dann hier natürlich auch kostenlos runterladen. Also, an der Stelle schon mal ein fettes Lob von meiner Seite aus, ähm, bin ich ein großer Fan von, sehr, sehr cool. Also wir sehen jetzt hier in der Vorschau, hier läuft im Übrigen auch eine Musik. Diese Musik habe ich jetzt aber mal vor sich selber commuted. Ich weiß nicht, ob hinter der Musik irgendwelche Rechte liegen. Aber was man schon sehr schön hier auf dem Titelbild erkennen kann, wir haben die Karte Mais Plus Ready bis zur Horse Extension. Also alles, was das Herz begehrt, von dieser Seite aus. Wir haben das Manure-System vorbereitet und verbaut. Und wir haben auf jeden Fall Seasons mit am Start. Ja, okay, die Musik ist definitiv Rechte beinhaltet. Deshalb werde ich die an dieser Stelle definitiv auswenden. Aber schon mal ein sehr episches, geiles Feeling. Guckt es euch selber am besten mal an. So, da sind wir, Freunde. Und direkt von Start aus haben wir hier einen wunderschönen Überblick über die Karte. Auch texturentechnisch gefällt mir das hier schon sehr schön. Aber, ähm, ja, wow, okay. Oh, hier kommt wieder die Musik. Das heißt, ich muss jetzt hier mal die Musik so ein bisschen ausblenden an der Stelle. Aber allein das Feeling, was hier schon an der Karte rüberkommt, ist schon mal definitiv sehr, sehr nice. Also, ja, letzten Endes ist die Musik so ein bisschen gedämpft und ist dort wahrscheinlich im Hintergrund im Gebäude. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, das Feeling hier kommt schon mal sehr, sehr schön rüber. Und die Texturen, wie gesagt, sind ja hier noch keine 4K-Texturen. Deshalb ist das hier und da vielleicht so ein bisschen schwammig. Ich bin ja aber nicht so derjenige, der dort extrem im Detail gerade, ähm, verfällt und sagt, um Gottes willen, die Texturen, die sind mir jetzt viel zu schwammig. Von daher ist das für mich also völlig vertretbar und auf jeden Fall wunder, wunder, wunderschön. Startpunkt der Karte also hier, ähm, ja, wurden eigentlich, vielleicht gucken wir da einfach direkt mal auf die Karte drauf. Wir befinden uns in Mulino Santo Lucia. Ja, das ist dann also, ja, das Städtchen, sag ich mal, um das es sich hier wahrscheinlich rundum dreht, wenn wir hier mal ein bisschen durchgucken. Ähm, es kann auch sein, dass das jetzt ein Verkaufspunkt ist, den ich vorgelesen habe. Ich bin das Italienische nämlich nicht mächtig, aber, ähm, auf jeden Fall ist es mega schön. Wenn wir uns das hier ganz, ähm, wenn wir uns das Ganze, verschlägt es wird auch klart die Sprache, wenn wir uns das Ganze hier mal so ein bisschen anschauen, ähm, gefällt mir das richtig, richtig gut. Sehr, sehr schön. Ich würde vorschlagen, das scheint aber auch ein Verkaufspunkt hier direkt zu sein, ne? Doch, das ist ein Verkaufspunkt. Was, vielleicht gucken wir einfach mal hier rein, was wir hier alles haben. Und zwar so ziemlich alles. Einmal alles, gut, das hat natürlich auch die Host Extension von Moisbus dann entsprechend schon versprochen. Das ist hier verbaut, hier haben wir einen ganz normalen Verkaufspunkt an der Stelle. Ähm, und dort oben haben wir dann noch ein Informationscenter. Ich habe nämlich mal ganz, ganz kurz vorher reingeguckt. Und das Informationscenter, ähm, naja, dazu kommen wir gleich nochmal. Wenn wir uns einfach mal die Karte anschauen, würde ich jetzt vorschlagen, wir arbeiten uns so ein bisschen durch. Wir haben hier eine Legende, sehen auch, dass wir eine Differenz von 70 Höhenmetern haben auf der Karte. Und haben drei Farmen, die Italia, die Parma und die Azura. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den Farmen direkt an. Äh, hier sind sogar die Feldeingänge gekennzeichnet. Ingrisso Campi Field Entrance. Sehe ich das hier irgendwo? Ja. Nicht wirklich. Oder meine Augen sind zu schlecht. Ich weiß es nicht. Äh, wir sehen aber auch, dass wir dann hier entsprechend in der Pro-Version noch was zusätzlich dazu bekommen. Ähm, was das jetzt für ein genaues Gebiet ist, darüber kann man auch noch monkeln. Das ist ja irgendwie, ich denke mal, Weinanbau habe ich da durchgelesen. Ich habe dazu keine weiteren Informationen. Ähm, von daher schauen wir einfach mal. Ich gucke mir jetzt hier erstmal entsprechend den Hof 1 an. Und was ich persönlich für mich besonders geil finde, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht. Ich habe bis jetzt wenig italienische Karten gespielt und für mich sind diese, also um genau zu sein, gar keine. Und für mich sind diese Gebäude halt sehr, sehr neu. Auch die Bäume, die man hier so sieht, sind ein paar, kennt man natürlich, klar. Aber, ähm, ich finde das sehr, 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 sehr stimmig und sehr, sehr schick. Man hat jetzt hier am Boden, weil ich das hier gerade sehe, Das ist mir schon, wo ich mal kurz raufgegangen bin, um zu gucken, wie die Performance ist aufgefallen. Man hat überall so ein paar Erklärungen am Hof, ne. Also hier kann man dann entsprechend die Milch abpumpen. Die hier gesammelt wird und wahrscheinlich über Verroerungssysteme unterirdisch vom Kuhstall langläuft. Ähm, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Gucken wir uns gleich nochmal an, was das mit dem Infocenter auf sich hat. Wir haben hier, ähm, ein Getreidelager, denke ich mal. Also ein Silo entsprechend, wo wir hier abbunkern können. Und das Ganze dann bestimmt per Schnecke hier irgendwo reingelagert wird. Und, schätze ich mal zumindest, kann man hier hinten auch noch aufklappen, ne. Ähm, dann steht das hier auch entsprechend Storage, go to the Infocenter, to hide die Marke. Also wir können das natürlich auch alles ausblenden. Unload or buy. Hier können wir die Tiere, wo wir direkt mal reinlaufen. Kaufen kann ich jetzt hier aber nix. Vielleicht soll ich das F1-Menü mal noch mit anmachen. Ähm, scheint so das Hauptgebäude zu sein. Und hier kommt die schöne lange Auffahrt. Eine Beschilderung jetzt habe ich an der Stelle nicht. Aber das wirkt, also das wirkt schon, das wirkt schon wirklich sehr, sehr schön. Auch wenn wir hier mal, auch, ihr merkt schon, ne. Ich bin, ich bin ein detailverliebter Mensch, was das angeht, ne. Auch damals schon auf der Talbach, ähm, hat mich das echt, echt, ja, richtig gut abgeholt. Und, ähm, hier auf der Karte spürst du das auch sofort. Du spürst halt sofort diesen italienischen Vibe, der dahinter steckt und auch dahinter stecken soll. Sehr, 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 sehr schön. Ähm, was haben wir hier? The winery and vineyards will be implemented in the pro version. More info at. Und dann kommt natürlich die ega.cloud. Slash edomod. Also das heißt, man wird hier versuchen, eine Weinproduktion einzubauen. Dann wissen wir auch, oder können uns auch gut vorstellen, ähm, dass dieses Segment hier Weinanbau werden wird. Mal gucken, ob sie das im 19. so umgesetzt bekommen. Ähm, ich weiß, gibt's wahrscheinlich auch schon. Ähm, hab ich mich bisher auch noch nie mit beschäftigt. This building as well as all other non-conventional buildings and objects in this map is covered by copyright. The extraction and publishing as a single mod object on the other maps is forbidden. Gut, dann haben wir überall nochmal die Hinweise, dass das Kopieren natürlich verboten ist. Es ist klar, wenn man sich den Aufwand gemacht hat, ähm, hier solche Gebäude in die Karte reinzubringen, dass man sich das so ein bisschen schützen will. Kann ich gut nachvollziehen. So, dann haben wir hier eine Hoftanke. Freunde, die Auffahrt so ein bisschen hoch. Man hat auch immer wieder so ein paar Reifenspuren am Boden. Seasons hab ich grad nicht aktiv, ne? Einfach nur, um einfach, ja, die Schönheit, das Farbenspiel so ein bisschen zu zeigen. Mit Seasons ist das ja immer ein bisschen abhängig. Haben dann hier unser Gebäude, unseren Pool. Haben hier hinten unsere Stallung. Die ich auch sehr interessant finde. Ich weiß nicht, wie die Stallungen in Italien aussehen. Ich war zwar schon in Italien, aber hab mich da natürlich, ja, wenig für die Landwirtschaft interessiert an der Stelle. Achso, man sieht auch hier nochmal. Hier wird die Milch dann wahrscheinlich transportiert. Zip. Äh, Unloading. Hier kann man Wasser reinpumpen mit Schlauchsystemen. So scheint mir. Mal gucken, ob das funktioniert. Das werden wir vielleicht rausfinden oder nicht. Ich, ähm, ich denk mal, dass ich hier, wenn mir das richtig gut gefällt, sicherlich auch ein Let's Play drauf machen werde. Einfach, ähm, ja, weil es ein geiles Feeling ist und vor allem mal was anderes. So, hier unten haben wir nochmal eine Stallung. Das sieht mir doch sehr nach Schweinchen aus. Genau. Hier haben wir einen Schweinestall unten drunter an der zweiten Etage oder im Erdgeschoss, besser gesagt. Oben drüben, äh, drüber haben wir die Kühe. Das find ich auch nicht schlecht. Dann haben wir hier unten sicherlich für die Schweine. Oder, ich weiß nicht, vielleicht wird's auch ein Gesamtgüllebecken. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn Schweinegülle und Rindergülle oder, ähm, von den Kühen hat ja auch wahrscheinlich unterschiedliche Beschaffenheiten. Hier wird dann sicherlich der Mist rauskommen. Ich hab keinerlei weitere Informationen dazu offen. Ich guck mir das jetzt hier auch so an, wie ich das für mich so anschaue. Da kann's Fehler natürlich geben. Und ich kann auch hier und da mal nicht richtig liegen, das ist durchaus möglich, aber naja, mein Gott. Auf jeden Fall eine sehr interessante Stallung hier. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn das befeuert wird, beziehungsweise bewirtschaftet wird. So, hier unten haben wir dann wahrscheinlich nochmal für die Schweine eine Freifläche. Man sieht auch, ach, nee, Freunde. Das war dann wohl das Kühle. Was haben wir hier? Dann nochmal eine Wasserentladung. Die wird dann hier rüber gepumpt über ein Schlauchsystem. Bis dann sind diesen Behälter. In diesem Behälter ist wiederum eine Verschlauchung. Und die mündet dann hier rein. Also das ist halt auch schon wieder so ein schöner Detailgrad. Ähm, dass man das dann noch ein bisschen gefuddelt hat. Sicherlich keine riesengroße Sache. Ich find's aber ziemlich geil. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Und hier haben wir... Oh Gott, was ist denn hier? Hier geht auch ein Schlauch lang. Ah ja. Okay. Unloading. Hier kommt also das ganze Futter rein. Wird hier abgepumpt. Geht über die Verrohrung in das Silo rein. Und vom Silo auch wieder raus. Über den Schlauch hier. Lang in die Futtertröge. Ähm, das ist... Das ist schon sehr detailreich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten ich schon hier am Hof 1 verbringe. Aber... Wow, ja. Okay, und hier hat man nochmal ein Güllebecken im Prinzip. Ich denk mal, das ist für die Schweine und hinten für die Kühe. Uh. Sehr, sehr nice. Wenn wir jetzt hier mal schauen, haben wir irgendwelche Felder inne. Nein, wir haben keine Felder. Doch, hier hinten haben wir eins. Ein kleines Feld haben wir inne. Ansonsten nichts weiter. Stadtkapital 100.000. Stadt Fuhrpark, wenn wir gleich mal dabei sind. Einen alten Fiat. Einen alten New Holland. Und ganz wenig Equip. Also, äh, Equip. Das ist... Sportlich. Haha. Um das mal so auszudrücken. Also, ich sag mir nicht, dass die Schweine ja auch noch hier unten lang gehen können, oder? Also, nice. Gefällt mir. Also... Ja, ich... Was soll ich sagen? Ich find's persönlich mega krass. Unload or buy. Haben wir hier nochmal eine Weide. Oder wird das hier abgesperrt? Und die Kühe haben hier eine komplette Freifläche. Das scheint Weidefläche zu sein. Naja, mal gucken. So, was haben wir hier noch Schönes? Schafe. Schafe sind ja auch gleich noch mit am Start. Hier haben wir auch wieder... Ach, das ist cool. Eine Regenwasserableitung. Heißt das, dass wir dann eventuell immer, wenn's regnet, mehr Wasser reinbekommen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wär natürlich eine fette Sache. Und naja, kann man auf jeden Fall auch ein paar Schweine reinbekommen. Auch hier nochmal... Na, nochmal das... Das Brand von Edomod. Mega stark. Also, äh... Boah. Das gefällt mir richtig, richtig gut, Freunde. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video dann hier entsprechen werden soll. Und ob überhaupt ein Video reicht. Natürlich haben wir hier hinten dann wahrscheinlich auch noch Hühner, ja. Toll. Sehr, sehr schön. Das ist die Farm 1. Ähm. Gut. Die flecht mich erst mal so ein bisschen, muss ich sagen. Farm 2. Farm 2. Ist ja auch zweietagig angelegt. Storage und Storage, Getreide und Schweinefutter. Also, das ist dann hier scheinbar wieder eine Schweinezucht. Gebäude sind auf jeden Fall mega schön. Finden wir richtig gut. Hier haben wir auch nochmal Entladung für Schweinefutter scheinbar. Gucken wir erst mal hier schnell weiter. Wunderschöne Gebäude. Auch hier solche Details. Fügt sich halt echt sehr, sehr gut zur Karte und zum Italienischen. Und ein paar Unterstellmöglichkeiten und ein bisschen Werkstatt wahrscheinlich. Dann kann man hier wieder lang gehen. Und hier geht ein Treppchen und da geht ein Wegchen. Und da haben wir eine kleine Terrasse. Und ach, das ist klasse. Ich habe meine Frames bei 60 gecappt. Im Übrigen, die Karte läuft eigentlich egal, wo man ist. Wahrscheinlich durchgehend auf 60 FPS hier am Start. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann mit Mods zusammenläuft. Ich kann vielleicht mal die FPS ein bisschen anlassen. Um das Ganze hier mal noch zu zeigen. Ja, okay. Das ist wieder eine Schweine Stallung. Sieht aber auch wieder anders aus als die andere. Auch geil. Auch anders aufgebaut. Also kein Copy-Paste an der Stelle. Hier hat man dann wahrscheinlich ein Keil-Silo. Hier hat man eine Unloading-Zone für Wasser. Und wahrscheinlich hier eine Aufnahme für Gülle. Die Unloading-Zone für Wasser. Achso. Geht dann direkt hier rein. Und auch wieder mit Verschlauchung von der Dachrinde her. Sehr, sehr schick. Hier können sie rein. Hier können sie futtern. Geht auch nochmal über ein Fördersystem. Seht ihr das? Naja, das ist ein bisschen schwierig jetzt hier. Dieses Fördersystem von oben dann wahrscheinlich auch nochmal runter. Deshalb hat man aller Wahrscheinlichkeit nach auch die zwei Entladungsmöglichkeiten. Lasst mich mal eben schnell schauen. Hier haben wir die eine. Genau, die eine. Die geht hier unten rein. Und die andere. Die wird dann oben sein. Wir können dann vielleicht auch nochmal am Ende so ein bisschen das Licht ausmachen. Beziehungsweise etwas dunkler machen. Um mal zu schauen, wie das Ganze so mit der Beleuchtung wirkt. Achso, hier ist das Storage für das Silo. Achso, hier können wir einfach nur lagern. Hier ist einfach nur Lagerung. Und hier ist dann Fütterung. Verstanden. Ein schöner, kleiner Schweinehof. Also ich glaube, so ist die Karte auch sicherlich prädestiniert dafür, jetzt nicht mit den größten Maschinen zu fahren. Denke ich jetzt mal. Ich blende mal hier gerade mal eben so ein paar Sachen aus. Okay, die 3 ist dann hier drüben, weil ich sonst den Überblick verliere. 3 ist der dritte Hof. Das ist dann der Azura-Hof. Und so wie ich das sehe, haben wir dort lediglich noch einen Hühnerstand. Wir schauen einfach mal. Vorbei. Das ist auf jeden Fall ein schöner, kleiner Hof. Scheint auch hier unser Starthof zu sein. Denn hier stehen die Geschichten rum, die wir entsprechend besitzen. Auch liegt hier... Das ist Deko. Okay, alter Zement. Hier haben wir Saatgut ein bisschen rumstehen. Dann auch wieder entsprechende Lagerungen mit Antrieb. Gebläse und Förderung. Das geht dann wohin? Hier unten rein. Können wir natürlich auch runtergehen, ist ja klar. Und hier unten drin haben wir dann wahrscheinlich... Können wir nicht aufmachen. Aber das Getreidelager... Schätze ich mal. Hier ist auch noch eine Box. Hier ist auch... Das ist dann wahrscheinlich die Entnahme. Ja, das ist die Entnahme. Also... Mega stark. Richtig, richtig stark. Also... Überall die Treppchen und hast du nicht gesehen. Also... Das gefällt mir richtig gut. Es ist komplett anders als das, was ich sonst so... Spiele und kenne. Aber ich glaube, das macht es auch mega interessant. Hier haben wir ein Fillpoint. Ein Refillpoint. Hier können wir wahrscheinlich Wasser... Abfüllen. Und hier drüben haben wir dann... Das sieht aber dann schon nach einer... Ja, ganz guten, großen Zucht aus für Hühner, ne? Ja, hier haben wir dann eine größere Hühnerzucht... Wo die hier reingehen können. Sehr, sehr schön. Wasserstille. Butter. Weiß ich gar nicht. Wird dann wahrscheinlich auch etwas weiter vorn sein. Oder wird das hier auch rübergepumpt? Ne. Naja, kann ich an der Stelle jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Wird man aber sicherlich... Sollte man das hier... Äh, doch hier. Hier wird dann wahrscheinlich die Futterstelle sein. Okay. Ja, wird man dann wahrscheinlich im Spiel... Sollte man das hier spielen... Ähm... Natürlich sich mal genauer anschauen kann. Äh... Anschauen können. Delateria Matesa. Ähm... Leite ich jetzt mal ab von Kaffee Latte. Und wird die Molkerei sein. Da können wir entsprechend die Milch verkaufen. Hier haben wir auch wieder ein Manual System. Ich weiß nicht, ob man das hier anschließen kann und abpumpen kann. Normalerweise bei Tradern geht das ja eigentlich nicht. Ähm... Ich bin gespannt. So, ein Zug fährt also auch. Wollen wir uns nicht weiter ablenken. Wir haben hier ein kleines Fettnerhäuschen. Ja, und eine wunderschöne Auffahrt. Ich kann mir jetzt die Karte so im Detail nicht angucken. Es würde ein eeeewig langes Video werden. Sondern das ist dann vielleicht wirklich was für ein Projekt, wo man das gemeinsam mal so ein bisschen entdeckt. Deshalb versuche ich jetzt hier relativ schnell durchzugehen. Ähm... Um mal die verschiedenen Punkte noch zu zeigen. Wir haben hier eine Verkaufsstation. Um unsere... Also Spinnerei war das jetzt hier. Können aber hier auch wahrscheinlich alles mögliche verkaufen. Wobei es auch wieder ein Storage ist. Wasser Refill Point. Finde ich im Übrigen sehr gut, dass man das dann ausbinden kann. Hier am Anfang. Gerade wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Ähm... Hier auch mal noch eine Erklärung hat. Seht sie mir bitte nach, wenn ich nicht genau weiß, welche Punkte das jetzt hier sind. Und was man hier genau verkaufen kann. Ähm... Ich weiß nicht, ob es da Übersetzungsfehler gibt. Ne, doch. Hier können wir Wolle verkaufen. Okay. Die gehen dann direkt auf den Zug und... Adieu, Monsieur. Borgo Piccolo. Ah, Piccolo, das kennen wir noch. Ähm... Ich habe nämlich belesen, dass es dann hier auch entsprechende Ansagen gibt. Bahnansagen. Natürlich nicht permanent. Sondern nur hin und wieder, wann ein Zug einfährt. Oder wenn ein Zug einfährt oder durchfährt. Wirkt auf jeden Fall auch mega, mega schön. Wirkt jetzt nicht wie eine riesengroße italienische Metropole. Sondern eben wie... Ja... Kleines Land. Hier haben wir entsprechend auch Schüttgut. Was wir hier wahrscheinlich verkaufen können. Wir haben Tierkaufstation. Also den... Klassischen Tierhändler hier. Mit integriert. Es gibt immer mal ein paar Saunziehern da. Auch sehr spannend. Okay, klassischer Verkaufspunkt. Kleine süße Tankstille. Noch hier mit am Rand. Ratschip ohne Marken zu nennen natürlich. Aber klar, gehört hier natürlich her. So soll das sein. Oh Gott, was ist denn das hier? Kölgrenzer Häcksler. Erweiterte Statistik. Ist jetzt ein Mod von mir? Das hat mit der Karte nichts zu tun. Aber das sieht aus wie... Ohr ausfahren. Ich glaube... Ach, guck mal. To select the unloading pipe. Drück X. Ah, hier bewegt sich was. LKW-Zug. Man kann hier wahrscheinlich... Entweder ist es ein Lager. Dann schüttet man hier alles ab. Und über das Pipesystem hier... Oder über dieses... Ja. Über das Ladesystem kann man dann LKWs beladen. Oder Zug beladen. Okay. Verrückt. Das habe ich so ja auch noch nicht gesehen. Lade mal hier ran. Schüttet ab. Das wird reinbefördert. Und dann direkt überladen. Zona Disgaricho. Muss man sich mal im laufenden Betrieb angucken. Kann ich mir gerade nicht so richtig was ausmalen. Wir haben hier hinten den IFE. Das sieht aus wie Getreideverkaufspunkt. Und kann dann... Oh krass. Ja. Wird dann hier runterbefördert. Und ab in den Zug. Interessant. Wir haben... Die Farm haben wir uns schon angeguckt. Wir haben hier nochmal ein IFO. Was auch immer das bedeutet. Aber auch hier wird das wieder ein Verkaufspunkt sein. Weil das hier dann wieder auf den Zug drauf kann und weg. Auch spannend. Ich weiß nicht, ob man das selber auslösen muss. By the way. Keine Ahnung. Was haben wir hier noch alles? FarmSilo CMI. Sind das zufällig die Farmen selber? Sind das Abkürzungen? Ich weiß es nicht. Aber hier steht ja auch alles im Prinzip erklärt. Man muss ja nochmal ein bisschen hier reingucken. Ähm... Moment. Achso. Wie ich hab... Öl. Olivenöl hab ich gelesen. Ähm... Ja. Wer hat verschiedene Lagerungs- und Verkaufspunkte auf jeden Fall auf der Karte. Ähm... Die möchte ich jetzt hier vielleicht nicht alle einzeln im Detail mehr nochmal exakt angucken. Natürlich. Was wir uns aber nochmal angucken werden, ist natürlich die BGA. Die BGA ist natürlich immer was Interessantes. Und wir sehen ja aber schon, wir können hier mit dem Zug langfahren und abkippen aller Wahrscheinlichkeit nach. Somit müsste doch der Zug dann auch fahrbar sein oder benutzbar sein. Um jetzt hier große Mengen irgendwie zu bewegen. Da haben wir auch einen Bunker. Da kann das Ganze rein. Hier haben wir die Fall... Oder die Faultürme. Sind das... Nennt man das Faultürme? Ich denke doch in der BGA nennt man das Faultürme, oder? Wo der Gärungsprozess dann läuft. Ach, schau an. Hier fährt auf jeden Fall ein Zug vorbei. Also, mhm. Spannend. Waren hier ein paar Silos stehen? Nicht zu groß, nicht zu klein. Ich denke, das passt. Und ein paar Gärreste... Lager. Oder ist es... Also die Gärreste-Name oder ist es Gülle-Lagerung? Konnte man das nicht auch in den Verkaufspunkten sehen? Ob die BGA hiermit aufgelistet ist? BGA Italia. Ja. Nimmt GPS-Syliert. Nimmt Luzern-Silage, Klee-Silage, Getreide, Schwad. Pferde, Heu, Pferde-Silage. Mais-Silage. Gras-Silage. Silo-Gras. CCM. Silo-Klee. Silo-Luzern. Also Gülle nimmt sie nicht. Okay. Also dann wird das vulgärreste Entnahme entsprechend sein. Auch, ähm... Ja, ich sag mal, eine mittlere Größe. Wo man... Aber doch schon ein bisschen was bewegen kann. Was haben wir hier hinten noch? Ich weiß halt nicht, ob das alles nur Deko ist. Hier haben wir nochmal eine Waage. Dann können wir hier drunter fahren und wieder abholen. Ich... Vielleicht wisst ihr das ja schon. Obwohl... Ne, guck mal, das ist eine Kaufstation sicherlich, ne? Symbol für Kalk. Äh... Mineraldünger und Saatgut. Schwer zu sagen. Shop finde ich auch sehr, sehr putzig. CR-8-2. Sieht hübsch aus. Relativ leer. Wahrscheinlich der Performance halber. Sicherlich. Hier hat man mal noch eine alte Maschine stehen und man hat ja einen Gabelstapler. Was ich im Übrigen immer sehr, sehr gut finde. Wenn man nämlich mal irgendeine Palette oder irgendwas holt, dann kann man das entsprechende eben auch mal aufgabeln und draufstellen. Weil sonst stehst du immer hier, hast kein Frontlader dabei und denkst dir, hm... Und nun? Ähm... Aber auch hier dann schon wieder die Straßenführung, Verkehr ist am Start. Haben wir hier andere Texturen? Könnt sein, ne? Sehr interessant alles. Und überall die Blühstreifen an der Seite, beziehungsweise die... Die Pflänzchen und der Mond da überall so ein bisschen durchkommt und... Ah... Sehr, 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 sehr nice. Tankstelle haben wir hier nochmal. Die Tankstelle habe ich mir auch mal kurz im Obst schon angeguckt. Ne mega süße kleine alte Tankstelle. Also mit einem großen Gespann könnt ihr hier vergessen reinzufahren. Aber es ist ein mega schönes Detail. Ach, das sieht einfach so schön aus hier. Ich verlinke euch natürlich, by the way, Website, Karte etc. pp. Hier alles unter dem Video in der Videobeschreibung. So, wir sind dann hier entsprechend wieder am Eingangspunkt angelangt. Und das muss einfach für einen kurzen... Ich meine, das Video wird wahrscheinlich ca. eine halbe Stunde werden. Das muss für einen kurzen Einblick irgendwo reichen. Ich habe jetzt hier nochmal den Sound gemutet, weil hier die Musik läuft. Wie wir das überall schon gelesen haben, können wir am Infopunkt entsprechend die ganzen Marker ausblenden. Mit Linksklick kann man sie anzeigen und ausblenden. Ja, dadurch, dass die Musik hier natürlich geschützt ist, möchte ich jetzt nicht weiterverwenden. Das ist mir einfach zu heiß. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Also, ich persönlich finde die Map wirklich mega geil. Ob sie sich im Spielerischen so macht, ob man da ein ob sich ein Gefühl aufbaut oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich fände das als, ähm, ja, ich sag mal, als Herausforderung, das Ganze auch so italienisch mit italienischen Geräten zu spielen, sehr, 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 sehr interessant. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder auch, was ihr von der Karte haltet. Ich gebe ein fettes Däumchen auf jeden Fall nach oben. Mir gefällt die Karte richtig gut. Top Arbeit abgeliefert, so auf den ersten groben Blick, ne? Keine detaillierte Mod-Testing, Map-Testing und so weiter und so fort. Geht in der Kürze der Zeit auch gar nicht. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wer bis hierhin gekommen ist, Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben. Bleibt gesund und munter und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Und Livestreams wieder bis dahin. Macht was draus. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Und Tschüss. Tschüss.